das ist scheiße also was nehm ich dann dafür wie lange dauert das Carsten für die Waffe hier? also das hier geht aber nicht geschleudig für mich was kann ich hier noch machen da braucht viel mehr Intelligenz ok erinnern war der scheiß der war gegen seine weg wirft ich bin geneigt das hier zu nehmen nur als Testung weil ich halt da im Boss halt viele Seelen habe das könnte was bringen noch das ist halt ein bisschen mehr Damage austeilen aber ich muss halt sehen wie viel Damage austeilt wird ob es halt wirklich gut ist oder schlecht weil dann opfern wir halt mal ein bisschen Seelen okay okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, ich sollte die Lehmsteine hier nutzen weiter Anstatt Geil Ihr scheit... Alter, das wunkelt jetzt auf einmal Warum geht ihr das einmal? Hallo? Klar Kommenbärchen wieder Wer freiwillig den Alon wird da auf höhere Stufe gegen gespielt Der ist nicht mehr, der ist nicht mehr zu retten hier Oh cool Okay Okay Schöne Arena Ich kann mal kennen Na klar Hörst du auf? Hallo? Hast du noch eine Tech-Move jetzt gerade? Na klar Ja klar Jetzt auf jeden Fall was ein anderes Und tut es mich fast Ich liebe das Spiel Geh hoch Geh hoch Ah Ah Soll ich bei den Parierenden üben Nee Ich glaube, die wir noch relativ einfach so mit Parierenden üben Aber wer weg die beherrschen könnte Wird halt für mich Weitaus einfacher Hier durch zu kommen Geh hoch Entschuldigung ain Geh hoch um A Un Was war das denn? Na klar, na klar Motherfucker ey Der erste Schuss geht voll daneben, ja Voll durch, wo ich dann nicht verwirrt war Man Der ganze Weg ist grausam Also die haben jetzt hier wirklich den Nebelturm das schlimmste, also das schlimmste Gebiet, falls ich mich eigentlich sterben schuft Mit Richtung Boss Weg Der einzige Boss, der hier gut war, ist der Scheiß Rauch Ähm, Rauchritter Bei dem hat man auch relativ Spaß gehabt Da war es noch anspruchsvoll und lustig Aber das hier Den ganzen Weg jedes Mal zu überlaufen Das ist absolut ein Krottig, Scheiße Schlecht Weil ab und zu kann ich verstehen Aber nicht ein ganzes Gebiet Wo zwei oder drei Bosse sind Und von zwei Drittel Einfach nur Hardcore Lange Wege sind Die halt Gnahnlos sind Wisst ihr wat? Ich sage euch eins Ich mache es heute mal Also heute kündigt mir mal was Bei der Weg Sonst habe ich mir bis jetzt Keinen Ähm Keinen Phantom geholt Jetzt hier, ja Und diesmal Haa Will ich kalt Die Bähnen Einfach Also ich mache jetzt gar nichts Sondern die machen was für mich Jungs Ihr müsst was machen Ich mache hier auch nichts Da tut was Genau Tut was für mich Ja Gut Der ist erledigt Ey Wie gesagt Ich mache hier gar nichts Das machen wir Die machen Die sind nur zum Darm Zum Klieren Genau Renn Du vor Und Trigger den nächsten Trigger die nächsten Die Da Adel Adel Mach was Tu was für deine Seelen Ich mache hier gar nichts Die scheiß Ritter Wenn die sterben Gut Dann habe ich Weniger Leute Ja Genauso bin ich Schauen Wie ich Oh die heilen sich Oh die heilen sich Ich dachte nichts mehr Juhu Juhu Jungs Macht was Das schützt Euren Meister Euren Magier Meister Los Bekämpft euch Oh Was ist jetzt los Ich habe euch nichts getan Ich habe nur zugesucht Loray Starville Rette mich Rette mich Töte ihn Töte meine Feinde Jungs Mach doch irgendwas Er ist bei mir Junge Leck mich Und mach dir teilt Weil ein einziges Schlag Ich mache Immer Stahl Will Los Tu was Wann wolltest du denn Wird Noch einer weg Hat er verdient Der auch Da ist doch der nächste Opfer Genau Hier macht es richtig Jungs Tut ihn Tut keinen Entschuldet meine Feinde Das macht ihr so gut Ja Ihr seid Meine Leibeigenen Den werde ich Für euch fertig machen Jo den lock ich an Für euch Leute Drückst doch mal Gut Gönn dir Da Und ich Gönne mir den Da hinten Das hat euch Nicht bombardiert Weiterhin Ja Ist er tot? Ne Jetzt ist er doch tot Ist er Ist er jetzt Sturm Oder was Anscheinend Jungs Die geht weiter runter Folgt mir Oh Der ist doch Nicht tot Jemand hat gerade Blutung Stahlwelle Ist jetzt Blutet Oh Jungs Ja Macht ihr gut Schützt Beschützt euren Magier Das ist richtig Häschen Helm Bist du Wird Loch Der Helm Ist zu Kacke Leute Ja Trinkt noch mehr Jemand hat wieder Blutung Ist geblutet Mal mit Los Jungs Tut Von Geld Was Ja So machen wir Das Jungs So Lernt Was Oh da kommt Der nächste Jemand hat gerade Pfeil im Rücken Bekommen Äh Nicht mich Jungs Beschützt euren Meister Genau Lorry Lorry Hattet ja Ich die Regelt Oh Ich fühle mich gerade So entspannt Hier Gegen die Also Das ist jetzt Wirklich Also Tritt Hier Ist mal Ein schöner Abwechslung Muss ich Ich sage Hallo Oh Da rattle ich So Lorry Let me Let me Go Oh Hallo Du Äh Jung Tut Was Autsch Hatte man Mich noch erwischt Das ging aber schnell Äh Doch nicht Schnell Warum Erhebt er noch Jungs Was habt ihr in der Macht Dass er noch lebt Naja Du wirst beschossen Okay der eine kann sich heilen Der andere nicht Aber zumindest neig mal ne Ruhe Gut Wenn der andere stirbt Der Schwertkämpfer Adele Adele Dann halte ich natürlich Ein weniger Und das hat mir ein bisschen egal Wo ist denn Adele Lorry Wo hast du denn Adele Stehen lassen Adele Ich baue da eine Manneskraft Hier Lorry So Ihr seid bereit Lorry und Adele Okay Ich glaube da direkt an Mach nicht so viel schauen wie ich dachte Ach stimmt ja Weil ähm Weil ja Verbündete da sind Ist er Hät er mehr aus Okay Er haut beide gleich Fast um Alter Er wollte mich haben Boah Outsch Ich will mir überlegen, wenn ich hier solche Supporter, solche Leute habe, ob ich einfach zum Heilen gehe. Ey, der ist nämlich fast tot. Ey, der ist tot. Oh, was war das jetzt? Ey, Lory, helf mir! Ich glaube, war eine schlechte Idee. Jetzt tust du durch. Scheiße. Okay. Machen wir jetzt, spielen wir jetzt anders. Ich habe jetzt Bock auf, mit den Leuten zu spielen gerade. Wir spielen auf Supporter. Also heilen werden wir jetzt hier. Wir werden durchheilen, unsere Leute. Wir werden alle heilt. Scheiße. Fuck ey. Das ist eine blöde Idee. Ich habe jetzt Bock darauf gerade. Weil die scheiß Fähigkeit war übelst grott schlecht. So, nochmal. Ich kann uns kurz mal gegenstände Kiste. Bei Zauber mal. Halt nur den Rotz weggeräumt, den Pyramantie. Gut. Zauber einstimmen. Das kommt weg. Verbunden halt. Kann natürlich auch weg. So. Wir werden heilen. Heilen, heilen, heilen. Heilen, heilen. Diese Linde. Wunderwunschung. Ein uralter, besonderer Zauber. Große TP bei Wirka und Verbündeten in der Nähe. Nehmen wir mit. Was? Ich brauche mehr Wunder? Scheiße. Auffrischen. Prächtiges Leben. Schmeiß ich. Wölfe Wölfe. Der hat Gifte. Wucht. Desplosion der Wucht. Verleugnung. Ein. 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 Juhl. Immerhin, mhm. Nur Is selber war leider. Zeit scheiße, wo kann man denn sehen, dass ich halt verbündet auch hier halt hier alles. Die Stärke von Wunder wird durch eigenen Willen beeinflusst. Hä? Ähm, gibt es kein so was wie Heilung hier mehr? Außer das hier, oder das hier? Was wirkt denn noch dazu mit Verbündeten? Ja, das hier. Ah, da brauch ich zwei Willen. Da mach ich was. Das hier. Da reise ich extra zum Eisenschloss. Und pack da äh, oh wer ist denn jetzt, Skeptiker Gewürze drauf. Damit kann ich den Nutzen danach. Mit Skeptiker Gewürze kann ich den Nutzen und dann kann ich das auch wirklich nutzen. Äh, ich zieh jetzt durch mit den Verbündeten als Heiler. Ja. Das hier mit den finsteren Kugeln ist halt der einzige Angriff. Äh, das ist für mich persönlich. Well. Räuchern will ich was. Und zwar... Wo ist das? Kann ich jetzt nicht räuchern? Doch hier. Äh, verringert den Filler. Genau. Jetzt kann ich den natürlich nutzen. Machen wir aber auf... Machen wir auf 48? Äh, auf 48? Gibt's irgendwas hier hinten, die unten auch sehr viel Wille bräuchte. Aktuell nur Intelligenz hier mit Großgeschwert. Okay. Hast du einen Zauber? Nee. Leider nicht. Okay. Oh, nichts Wichtiges. Nein. Nein. Cheers. Was krieg ich denn noch? Äh... Gibt es überhaupt noch Wunder, die ich kaufen kann irgendwo? So. So, jetzt haben wir das hier. Wir versuchen noch ein bisschen mit Blitzen zu bombardieren. going, los. versuchen das einfach mal ich versuche mal prächtiges leben zu nutzen danach lindern sonnenlicht das wird so doof werden so was von doof also ich will es wirklich versuchen dass die kalt meine jungs heile einfach mal mittendrin so geht es nun mal wie ein menschlichkeit dass ich nutzen könnte da kann